Ja, mein erstes Mal war zu oft. Achso, meinst du das erste Mal anal und das erste Mal normalen Sex? Rektal? Ich hab da immer unterschieden. Achso. Was ist denn der Unterschied zwischen anal und sex? Das eine ist geil, das andere nicht. Ne, rundown. Okay, war das geil? Anal ist geil, rektal ist scheiße. Okay, verdammt. Rektal ist scheiße. Ist die nicht rundown? Alles klar, hab ich auch mal Bock auf anal. Was ist denn nun mal underpass? Underpass? Underpass ist für die Kack, ne? Underpass ist, wenn ich durch die Beine deiner Mutter krabbel. Dann hab ich underpass. Was? Ich werd hier beschossen. Mah, die sind beide auf B-Seite. Der eine oben im Haus, der andere auf der Brücke. Nee, find ich nicht gut. Find ich auch nicht gut. Die waren aber noch auf deren Seite. So. Da spieg ich wieder mit Peter zusammen. Nee, spieg ich nicht. Nee, 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 nee. Da hab ich denn immer so komische Herr der Ringe Spastis bei mir im Team. Null. Los Frodo, komm bei Fuß! Trag den Ring und plante ihn. Trag den Ring! Passier dir mal die Füße. Das geht nicht. Plante mal nicht so krass die Clay. Oh Peter, das war schon ganz schön abgefuckt, ey. Das war verdammt ganz schön abgefuckt. Geht der eiskalt auf die Clay zu und was was? Die Clay ist auch voll scheiße. Wie lange die gebraucht hat zum Explodieren. Die Zeit wird knapp. Toll, jetzt rennt er. Er ist wahrscheinlich schon längst bei A. Du musst nicht planten, du musst planten. Klingt. Ach, fick dich doch. Nee, nee. Scheiße, ey. Er erinnert direkt an Leute of the Wii. Ja, genau. Ich wollte meine 3.000 Watt-Face-Mission. Verbrauchte Tick, ich tausche Tonnen-Gas. Waaah! Das ist okay, scheiße. Du musst gleich noch auf die Wii gucken. Auch kein Winn auf die Zachfette. Waaah! 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 Aua! Ne Brombo. Waaah! 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 Ich muss gleich nicht zielen. Er ist Richtung Haushalte gerannt. Waaah! Waaah! Ich hab immer geflasht. Waaah! Ja, das haben die Leute of the Wii da auch. Waaah! Du hast mich mit der Flash direkt getroffen. Waaah! Ich hab so viel damage gekriegt. Waaah! 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 Das ist so herrlich ey. Hier spricht Gott. Gandalf. Gib Gandalf dein Ring. Gandalf mit deinen Zaubertricks kannst du mich nicht verarschen! Boah Leck mir die Nüsse eyX! Ach so ein Po, Christian! Woher wusstest du dat denn? Den hab ich da reinlaufen sehen an ner Mauer. Oh mein Gott, den hab ich nicht gesehen. Alter, die Zemtex. Ich hätte einfach liegen bleiben sollen. Hätte der Bram die geworfen, wäre das tot gewesen. Ja, Christian macht halt dann noch... Aber ich hab die geworfen und der Bram war tot. Oh, hier war das, wo man durch die Mitte nicht reinlürfte. Nee, den Bram hast du nur mit deinem Schiff getötet. Nee, nee. Anläuft durch die Mitte. Gar nicht wahr. Ja, der ist unten im Turm drin. Ah, der ist in den Fluss gesprungen. Der ist in den Fluss gesprungen. Der ist in den Fluss gesprungen. Nein, wo ist der? Ich hab ihn nicht gesehen. Alter, Christian. Boah, nein, Alter. Ich glaub, ich muss den Feldhaut rein, Leute. Tschüss. Boah, ich muss mir gleich unbedingt das Lied zumindest anhören, damit man mir aus dem Kopf geht. Damit es dir aus dem Kopf geht. Ja. Ich hab gehört, das soll der neue Titelsong von den FIFA 13 Videos sein. Das ist ziemlich geil. In dem Spiel. Wir haben schon Nachschiebe. Wir sind die Tollsten. Boah, der plänt schon bei A. Ach, Dennis. Du bist so inkompetentisch. Ich dachte, der verteidigt den anderen. Du hast zu viel gedacht. Schießen. Aber ich denke. Mehr Kippen sagst du aber. Peter. Peter hat auch immer Denken. Und dann ist er weg. Der ist an der Brücke bei A. Na, ich bin an der Brücke. Und jetzt bin ich gleich zu ahnen. Ich bin auf dem Passport. Und ich bin tot. Ihr wollt die Runde verloren. Aber es ist noch nicht vorbei. Ach, der ist doch schwule Scheide. Weg von der Sniper-Runde. Na 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 ... Le! Ich bin hier lang gelaufen. Na Schnucki? Na Schnucki? Dann nicht. So, sing, sing! Dann bringt ja aber nix! Der ist bei uns auf der Assis selber. Eben nicht. Eigentlich gesagt nicht. Okay, der war bei uns bei Arna Brücke. Okay, der steht bei uns bei Arna auf der Mauer. Das ist ein Scherz! 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 Alter! Boah, da muss ich vor Spannung hießen, eben. Nice, Peter. Der ist so schnell gewesen, da konnte ich nichts gegen tun, Brian. Das ist mir echt sorry. Na, haben wir's noch nicht. Ich hab mal gesehen, wie viele Hunde und Sekunden er bei dir entwählt war. Ja. Ich fände es so geil, wenn es wirklich dieses Brettspiel Hummeln im Hintern gäbe aus South Park, dann würde ich Peter sofort zum Gewürzer schicken. Na, für Peter hast du schon mit Bier spielt, das reicht dem. Was seid ihr morgen los? Doch dich, du Bob! Doch dich, du Bob! Doch dich, du Bob! Boah, 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 boah! Alter, wenn die Granaten schmeißt, der stirbt. Der darf nicht, der ist mega geflasht! Ach, ey! Wenn die Waffe wechselt, der stirbt. Das sag ich immer wieder, ey! Sehr gut! Alter, 06! Das geht hier ab! Was ist das heute für ein Scheiß-Zach? Ja, der Bram zieht echt jedes Teammate runter, weißt du, in der letzten Runde bin ich der Über-Pro und jetzt bin ich hier mit zwei Sechser und gekotze. Man soll auch eigentlich aufhören, weil man am besten ist. Also so schlecht fand ich mich aber gar nicht. Ja gut, das ist halt eine schnelle Runde. Ach, meint ihr spielt es extra schlecht? Ja, damit ich schneller ins Bett gehen kann. Ja, nein. Ok. Oh, Peter ist auf dem Haus. Auf der Brücke! Hi. Ich hab auch die Waffe gewechselt, scheiße. Ja, ich hab sie schneller gewechselt. Ja, hast du auch. Wow! Äh, die Mitte. Da bei, äh, ne, beim Durchgang. Alter, ich seh immer noch nix. Alter, jedes Mal der gleiche Bullshit, das darf nicht mehr wahr sein. Ist doch die Box. Oh oh. Da kam was geflogen. Boah, Johnny, das darf ich mal so richtig klasse. Ich hasse, ich hasse dich ab. Das Spiel. Nein! Gott sei Dank, ey. Alter, was eine Fail-Runde. Boah, ich kann nicht mit so viel Geschwindigkeit, kann ich nicht spielen. Deswegen war der da so schnell weg. Ich hab eigentlich gedacht, ich werf dir erst ne Flash da oben rein, und dann die Sam-Tags hinterher. Aber mir hat das nicht möglichen Weg gelaufen, der ging. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. D-d-d-d-d-d-d-d. Ja, du kleine Mösch. Alter, Jay, was geht ein Hitzer auf dem klarer Gang? Alter, Jay, was geht ein Hitzer auf dem klarer Gang? Jetzt ist hier vorbei mit lustig. Der war bei A. Ja, echt mal. Meine Laune sinkt auch schon direkt. Du klangst gerade wie Forderung. Ja. Damit hab ich nicht gerechnet, dass der jetzt anfängt. Ja, nicht. Der sieht ganz schön traurig aus. Weil das immer witzig war. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir Hadi immer fertig gemacht haben, wenn der rüber gelaufen ist. Ja. Aber ich bin auch schon dran gegangen gewesen. Mama. Ja. Und dann. Ich bin schon dran gegangen. Ja, dann. Bringen wir doch mal Sicht. Ja, das ist jetzt öle. Sicht ist doch was Feindes. Das ist gerade hinten zur Veranda gelaufen. Ja, das ist gerade hinten zur Veranda gelaufen. Geht? Ja, das ist. Oh, das ist schlecht. Aber da bin ich safe. Fuck! Ich konnte einfach den falschen entschieden. Ja, den hab ich nicht gesehen. Ach, der liegt da. Oh Mann, ey. Ja, ich wusste ja, dass du da in deinem Haus bist. Achso, der war bei W. Sehr gut, Piotr. Ich find dieses Schmuckstück, diesen weißen PS3-Controller echt schnieke, muss ich sagen. So. Echt schön aus. Piet, wo bist du? Hinter dir. Haha, wie er sich umgedreht hat. Das stimmt nicht. Ich steuer jetzt den Bram mit meinem geilen Controller. Okay. Okay. Ja. Ich find das cool, wenn ich die Möglichkeit irgendwie in Modern Warfare gebe, dass der eine die Bewegung steuert und der andere schießen muss. Oh Gott. Das wär immer witzig. Ja, komm. Links, rechts, springen. Stielen auf Piet's Kopf und PENG abdrücken. Modern Warfare ferngesteuert. PENG! Abdrücken. Aber nice. Gut gemacht, Team. Bereit machen wir zu kämpfen? PENG! Ja, wollte ich. Ich dachte mir, boah, wenn der denn rum da sitzt, wo könnte der sitzen? Wollte ich über die Möbel verschwinden. Tja, Ikea-Möbel halt, ne? Ich hab mich auch an Ikea gedacht. Weiß nicht, wo kauft man sonst Mödel? Mödel? Ich weiß nicht, wo man Mödel kauft, aber Mödel kauft man in Ikea. Mödel? Mödel ist eine Volksspezialität in Bayern. Guten alten Mödel. Die Semmelmödel. Die Semmelmödel. Anders in der Mitte. Ja, mir ist bestimmt wieder so ne Scheißkacke. Na komm, jetzt wieder so ne fucking Predator geflogen. Da hab ich mich wirklich geschossen. Da hab ich mich wirklich geschossen. Da hab ich mich wirklich geschossen. Er ist in der Mitte. Ey, 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 ey. Ihr kleid wieder in den Hüren. Er ist runtergesprungen in der Mitte Richtung A. Oh, ja. Das ist aber wirklich. Das hab ich nicht mehr gehört. Er hat runtergesprungen. Ich hab auch kein Geräusch dabei gemacht. Der ist hinten im Brunnen. Am Brunnen bei, weißt du? Hinter den Häusern. Hinter dieser Häuserreihe. Ich glaub, ich hab ihn geflasht. Weißt du, was der Brunnen ist? Ja. Du hast auf jeden Fall nicht mich geflasht. Fuck ey. Jawoll, der Bram. Der heizt gerade richtig auf. Der ist richtig gut, der Bram. Der spielt richtig gut, der Christian und das Peter. Also die spielen echt aus. Ja, das sind wir auch. Peter, der ist mit dabei der 0,4. Nice. Der ist nicht gut. Ah, eigentlich haben wir ja 8,5. Von 8,1 auf 8,5. Ja, Tendenz, Tendenz. Und wirst du nicht immer am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Ja, ne, da heißt du nicht, dass du schlecht bist. Das heißt nur, dass du gerade gerade nicht so gut bist. Ach du, Pisser. Du kleiner Pisser. Das ist wie Moorhuhn, der Peter. Peter ist dann so ein 500 Punkte-Skiller. Ne, nicht Skiller. Punktebringer. Hat der die Bombe gehabt? Ja, das habe ich natürlich gesehen, als ich den dann auf der Brücke gesnipert habe. Hast du dir auch? Ja, das heißt ja. Achso, klar. Nein, das heißt nein. Ich weiß es nicht. Warum sagst du denn das natürlich gesehen hast? Ist ja gelogen. Ich werde nicht gern angelogen. Ja, dir ist mir egal. Du verletzt mein kleines zartes Herzchen. Ja. Wir sind nur in diesem Spielfreunde jetzt gerade, ne? Danach hassen wir uns wieder. Komm, Polym Jail. Finde ich übrigens ziemlich witzig, dass voll viele gefragt haben. Fuck, jetzt mal schießen. Der ist hinten bei den Heuballen. An der Villa. Ob wir wirklich in Las Vegas sind? Ja. Wir haben wirklich einige gefragt, ja. Ja, um Hardy zu erinnern. Immer noch an den Heuballen. An hinten an der Villa. Boah, auf die Entfernung im Arsch. Äh, guck, das war schon ein ganz schönes Nahkampf-Duell. Suchen und zerstören. Das Ziel, äh, verteidigen. Ah, der Pille, der Pisser. Oh, ich bin aber geflasht. Läuft, der snipert. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Peter snipert? Aktion und Reaktion. Jetzt ist er wieder in der Mitte oben. Na komm, Sniper. Gegen Pro-Sniper Jail muss jetzt kämpfen. Ah, bisschen mal unfaire Mittel, ne? Aufklärungsdrohne online. Ah, bisschen schwerer für den Peter. Okay. Mach ich mal Escape-Map und dann sag ich mal, wo der ist. Oh, 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 oh. Jetzt macht er auch die fiesen Tricks, ey. Peter? Hä? Schießt du mal an dem Zaun? Wir wollen doch fair bleiben. Heißt, ich muss... Leute, wo schießt der hin? Die Drohne schießt der. Der steht noch an dem Zaun. Alter. Immer noch. Ja, muss man die denn treffen? Die muss nur zwei, drei Mal treffen. Ja, ich hab die sechs Mal. Die hat ja wohl ziemlich oft getroffen. Nice. Bereit machen für die nächste Runde. Pro Sniper. Jail. Nee, nee. Dick dir Schulter durchgeschossen. Der Schulter. Dick dir das Schulter durchgeschossen. So, jetzt haben beide eine 6-0er KD gehabt. Und zerstört uns hintereinander. Jetzt wird's spannend. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Doi. Alter, die rushen uns jetzt sowas von tot. Das sollte sein. Oh. Oh. Das ist aber böse für die. Lava. War das du gekriegt? Jetzt geht los. Jetzt weiß ich nicht, was du gekriegt hast. Scheiße. Feindliche Aufklärung. Drohne online. Nee. Oh. Der Bosator steht rechts an der Brücke. Das ist der Unsichtbare. Von hier hat die Bombe. Stimmt, hab ich. اح. Lol, du hast doch fast gefangen. Ich hab' den geflasht oben. Fuck. Fuck. Nice. Ne, ne. Krass, wie war jetzt so ne Flash? natürlich muss da wieder die scheiß einrichtung zerstört ja die hat mich auf einen stich gelassen die einrichtung ach komm leck mich doch am arsch bitte rechts der ist bei der brücke alter jetzt ändern wir noch mal die taktik wo ist das scheiß nicht dürfen die aber nicht auch so ein 6 0 machen da ist er jetzt geht los jetzt liegen die kugeln um die ohren die dicken kugeln auch kommen 0 1 jetzt schon in der mitte auf der brücke nein ich stand nicht auf der brücke ja so steht so gut das hat er nicht an der brücke auf deren seite in der mitte nicht so viel mehr peter die bombe dennis ja peter die bombe kann ich nicht wahr sein zusammen und ändern und mich doch holen wieder in meinem häuschen ich kann ich ein doch kommt ich lade euch ein zu kaffee und kuchen ja da kannst du nicht abschlagen findest du der kuchenfreund lade mich ein zu bier und grillfleisch ja zufällig habe ich das auch da dann ist ok hoch der ist im tunnel und mit tunnel meinst du wasserfluss oder ich weiß schon was er meinte alter hab ich mich erschrocken warte hab ich direkt in den busch gesprungen huch alter hab ich mich mega erschrocken sieh boah peter ey da geht ab ist ja richtig gut gerade oh fuck ey seid ihr jetzt richtig stark hast du dich gerade selber angeschossen ich hab dich angeschossen und damit mich angeschossen ach okay also eine starke faser hat man selten das halte ich mal bitte mit den vorräten jetzt weiß ich jetzt weiß ich nicht mehr wie das bei mw2 war ob sie ach der war da in dem post wo man auch hochkonten bei der oh der ist bei A er ist bei A was ist das ja das war nix er schnippert bei A das hat er wohl getan ja ja A stehst du ganz gut ok ok der fuck heli ist ganz schön schwul die helis lassen mich echt im stich in dem spiel kann sich mal da so verpissen ich hab noch ne heli ich hab noch ne heli das ist ein scherz ja weiss mal was das kommt auch davon wenn man mit so ner scheiß sniper sniper hat ja weisst du das der spaceboard rennt jetzt Richtung äh unser zorn da ist in die Richtung ist der gerannt das hat er schön gelesen das hat er schön gelesen ja abgefuckt wäre natürlich gewesen wenn du jetzt bei B gewartet hättest hm das ist ziemlich witzig das ist ja das ist ja aber auch ziemlich abgefuckt ach dann rettet der andere beide die hier mitte gekommen der andere war schon am springbrunnen durch und den andere an der Mitte war so auf mich geschossen alter die Bombe wurde de platziert what the fuck WTF das hab ich jetzt nicht verstanden das hätte ich auch nicht erwartet ach da springt der penner der ist in der villa hinten aufklärungsdrohne online der feind blockiert unter radar ha 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 sehr schön schade sehr schön sehr schön und erst mal feind sich die äh kiste gekriegt ja könnte wichtig sein für die letzten 5 runden oh ja du meinst die letzten 2 5 kannst nicht zählen ja der nur 2 ist 12 der hat geflasht bei B Luftangriff in Bereitschaft wird geflasht bei B wird geflasht bei B hm Boah Müsst ihr jetzt so lange campen B Johnny ist auf der Villa 3d B ja oooh oooh da kommt was geflogen ach nee der ist nicht da ach was ist das denn einfach mal bei B drüber da war der da lief ja zumindest grade alter der hat mich auf der Villa gekillt der blöde Wichser du bist der letzte der andere ist bei B der andere ist bei B der andere ist bei B um Spot wo wusstest du das denn ja den hast du ja ich hoffe ich habe beide gesehen hast du es gerade gesehen den da ne der da den da der steht hinter der Mauer auf dem Feld so uahr oh ist das so lockert uahr Gott sei Dank ist der falsch abgewogen wer hätte ich mich denn da noch retten können der hätte ich mich töten können ich hätte mich töten können ich hätte ich Double Death werden können du standst ja nicht neben mir ach verdammt Ich dachte, du schiefst mir jetzt irgendwann so lieber Lacher, ey. So. Beie Runden hast du gesagt, Christian. Ja, drei. So, also kannst du ja doch nicht zählen. Das Ziel zerstören. Von der Erland. Lol, Christian legt A Brücke. Der stand noch hinten bei sich am Haus. Ehtat? Ne. Bist du dir sicher? Ne. Immer unsicherer. Eine geschickte Granate, könnt ihr das beantworten? Ja, ne. Ich glaube, der kommt zu kurz. Naja, fast. Das ist echt eine gute Frage, ob das geht. Ich zweifle immer mehr. Wo seid ihr denn? Oben in der Mitte steht einer auf der Bar in dem Haus drin. Feindliche Ausklärungszone online. Puh. Tja. Was? Ja. Da hab ich ja richtig gut geschossen. Lol. Wollte ich da an der Mauer campen? Oh. Das hätte, glaube ich, auch nicht gut geendet, wenn ich Christian besitze. Das Ziel zerstören und zerstören. Wahrscheinlich nicht, ne. Das Ziel zerstören. Einfach A rüber. Wir haben die Bombe. Hm. Ich würde ja sagen, der Brückenhaus A kämmt einer. Flaschen nicht mehr? Weg. Ich flaschen nie was. Du den Knallspunkt? Gerade nicht. Nur am Anfang den einen Typen gesehen, der nach A weggelaufen ist. Was hat es denn soiley? Ja. Hm. Ja, Mann. der defused kommt oben oben am haus ist der defused du meinst der defused flog von meiner das ist ja so meine damen und herren werden folgen gestrick er ist unter der rückkelein kleiner buschkrieger peter was ist los mit ihr bist nervös was verfolgst du mich denn da war ich nicht klug m ja wo der andere busch boah nice der hat auf mich geschossen das ist Johnny habe ich erst nicht gefunden nachdem ich über den gestanden habe ich halt wieder schön im Busch versteckt und dann habe ich Peter aufgekillt renner ist suchen und zerstören das Ziel verteidigen Aras beide einer der steht in der Mitte mit dem G18 ist nach hinten zum spawn weggerannt ja einen habe ich geflasht und der andere kam über die Brücke und der war nicht geflasht also musst du der andere gewesen sein aufklärungsdrohne online scheiße oh nein und gewonnen und dann drehe ich mich zur falschen Seite weg fuck fuck dann drehe ich mich zur falschen Seite nein juhu ach der Bram war einfach so nubig war er leider ja ja können wir beide nicht zählen waren doch nicht 5 Runden auch nicht 2 naja vielen Dank für zuschauen bis zum nächsten Mal das ist